Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Red Dart. Ja, wir wollen da jetzt mal eigentlich rüber. Oh, sind sogar zwei Wachen, warte mal. Müssen wir ganz schnell, äh, wo waren wir? Hier, Strength Potion, ganz schnell. So, und dann hier, hier drauf. Komm, komm, attackier den. Yo. Alles klar, wo ist der Zweite? Da vorne war irgendwo noch ein Zweiter. So, wo ist der Zweite? Solange... Komm. So, komm, den shoppen wir. Komm. Wir haben nur den Strength Potion. Mach ihn kaputt. Tyrus, nein. Okay, super. Super gut gelaufen. Held Potions haben wir ja gar nicht mehr, hä? So, versuchen wir noch einmal... ...das. Jetzt eben, so. ...und sofort wieder den hier. So. Da müsste jetzt gleich jemand kommen. So, da ist er, der Erste. Komm. Mach ihn kaputt. Cyrus, das schafft. Alter, treff ihn doch. Ihr Style braucht Arbeit, Red Gun. Zehn Leben verloren. Okay. Können wir den eben schnell looten? Surge Barry. Ich weiß jetzt nicht, was wir eingesammelt haben. So, aber hier würde ich jetzt einmal vielleicht ein Save Game machen wollen. Wir brauchen noch ein paar Heilbränke. So, vielleicht rennen wir an dem mal vorbei. Ähm... Hier ist schon mal super. Vielleicht müssen wir da hoch. Komm. So, ist auch super. Ich glaube, das bringt mir nichts, hier zu sein. So, warte. Nein, 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 nein. Nicht gegen die Wand, Cyrus. So, komm. Komm. Komm, Cyrus. Den muss man doch kaputt machen können. Du musst doch gehen. So, okay. Komm. Du musst auch kämpfen, Cyrus. Ne. Ich glaube, hier bringt mir auch gar nichts, hier zu sein. Ich würde sagen, wir gehen vielleicht noch mal den kompletten Weg hier zurück. Da einmal rüber. Alter, nein, 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 nein. Steuerung ist schon mal bombastisch. Ich würde schon sagen, ist er jetzt hierhin gekommen. Ich würde schon sagen, ist er jetzt hierhin gekommen. Jetzt, was ich frage, wie kommen wir am besten wieder zurück. So. Nein, Cyrus. Ja. Okay. Ich hasse die Beteuerung. Ich hasse sie wirklich. Natürlich. Nein. Cyrus. Ja. Ok, wir springen erstmal hier hin, dann wieder da hin, hier hoch, ja, komm hoch, so, dann machen wir hier nochmal ein Save Game. So, und wieder raus. Ok, wenigstens können wir hier, ja, ok, das haben wir geschafft. Ja, Cyrus, geiler Typ. Geiler Typ, hat er doch noch geschafft. Aber ich raffe nicht, was wir sonst noch machen müssen. Ah, ok, den haben wir jetzt geschlossen. So, vielleicht, so. Ah, ok. Äh, warte mal. Vielleicht hier nochmal ein Save Game? Hinter einer der Türen waren ja noch andere Gegner, noch mehrere. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das überleben werden. Ich hoffe, wir finden hier paar... Ich hoffe, hier sind ein paar Heiltränke. Yo, was haben wir denn hier? Heiltränke. Nee, ich will die Heiltränke. Oder ich will die Heiltränke wegwerfen. Yo, alles klar. Werter, äh, die können mir hier gerade noch nichts machen, oder? Dann machen wir hier. So. Die können mir ja nichts antun hier. So, wenigstens haben wir das. Ich hoffe, dass es... Kann ich den überhaupt? Das wäre super, wenn ich die jetzt kaputt machen könnte. So, die Steuerung ist eh immer gleich. Immer nur auf Steuerung drücken, um zu kämpfen und zu schlagen. Die haben den Vorteil, die haben den High Ground. Mich treffen die nicht, aber ich treffe die auch nicht. nicht. Ah, das ist es. Fall back and let me. You're quite resourceful. I'll finish it. Lodge with it. Okay. I'm maxed over. Ja, geil. Ja, geil. Komm, noch ein bisschen näher. Komm. Noch ein bisschen. So geht auch. Ich feier das gerade. Okay, aber einmal hat er mich auch schon getroffen. Aber ich treffe den gar nicht. Okay, jetzt. So, open chest. Was ist das? Pick up gold. Ja, gold ist nicht das, was ich jetzt brauche. Fertz, buddy. Ne, das brauche ich nicht. Ja, das ist jetzt nicht das, was ich brauche. Aber wir können trotzdem hier ein Save Game machen. So. Ah, okay. Äh, genau. Da will ich jetzt hin. Ich hoffe, hier sind jetzt nicht noch mehr Gegner. Was? Torch? Pick up Torch. Nehmen wir mit. Ist uns wichtig, dass wir das mitnehmen. Hier gehen wir vielleicht erstmal... Da wartet jemand auf uns. Hier auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine gute Idee ist, auf diese Plattform drauf zu gehen. Okay, äh, wir gehen da lang. Und noch einer. Äh, gleich drei. Autsch. Komm hoch, Cyrus. Bring hoch. Okay, da geht's runter. Mal gucken, wo es dahin geht. Ah, ruckel, ruckel, ruckel. Ah, ruckel, ruckel, ruckel. Boah, das Spiel macht mich wahnsinnig. Nein. Okay, ich weiß schon, wohin. Ich kann mir schon vorstellen, 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 wohin. Hier müssen wir durchrennen. Ich glaube, das war schon der richtige Weg. Gegen alle kann ich jetzt auch nicht, äh, ankommen. Aber es ruckelt mir zu viel. So. Ja. Boah. Alter, haben wir geschafft. Und hier ist nochmal. Dasselbe. Ja, 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 komm. Nein. Nee, warte, 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 warte. Cyrus, 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 Cyrus. In die Richtung. Das sah aber auch geil aus gerade. Boah, das Spiel ruckelt aber enorm hier an der Stelle. Ich glaube, das sind nicht einmal 20 Frames hier. Was ich jetzt klar sage. Vielleicht 5. Ja. Nein. So. Und los, Cyrus. Wir versuchen das noch einmal. Ah. Ich sehe nichts. Es ruckelt zu viel. Das ist echt wirklich sehr viel, was hier ruckelt. Ich habe so die Befürchtung. Gleich schmiert mir das Game ab. Ja. Boah, nice. Wir haben es geschafft. Ja. Da ist denn der andere. So. Hier ist der nächste. Hier kommt er nicht hoch. Ja. Da haben wir noch ein Teil. Den haben wir. Das heißt, hier machen wir ein Save Game. Dann habe ich jetzt glaube ich verstanden, wofür die Dinger sind. Ich muss mehrere davon holen. So und jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Ähm, ich kann gerade nichts machen. Ja, das Spiel ist mir aufgehoben. Geil. Ja, dann würde ich sagen, ich breche hier einmal kurz ab und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Das Spiel ist mir gerade abgeschmiert. Ich hoffe, das geht dieses Mal, dass wir jetzt an dem da vorbeikommen und da durchrennen können. Ich hoffe, es schmiert mir jetzt nicht noch einmal hier ab. Bisher sieht das noch gut aus. Ja. 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 Okay, das haben wir geschafft. Es ruckelt aber immer noch sehr viel. Das Spiel. Ja, okay. Was will man auch erwarten? Äh, von einem Bethesda-Spiel. Ganz besonders von 1998. Ah, komm. Hier durch. Ah, ich will hier durch. So. Dann müssen wir jetzt hier eben ganz schnell das Tor zumachen. Da hinten. Bevor die hier durchkommen. Das war ganz, ganz schnell. Komm, Cyrus. Das schaffst du wohl, ne? So, komm. Okay, hier ist jetzt keiner hinterhergekommen. Dann machen wir das. Und das. Das müsste jetzt dann die Mittler da aufmachen. Okay. Dann machen wir hier auch nochmal ein Save Game. So. Und wieder da. Die letzte Tür. Ich hoffe, da finden wir auch noch was. Hier geht es auf jeden Fall nach oben. Oh. Nein. Okay. Also doch die eine, die wir gerade zuerst gemacht hatten. Hm. So. Okay. Wir können, wir können nicht alle aufmachen. Also müssen wir schon den und den hier. Und dann durch diese Tür da. Also wir müssen nicht hier hin. Das eine, wo wir jetzt gerade hingegangen sind. So. So. Cyrus, das schaffst du bitte. Ja. Nein. 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 Cyrus. Sei artig. Hab ich schon mal gesagt, dass ich das Spiel mittlerweile hasse? So. So. Nochmal den. Und den. Okay. Wir versuchen es noch einmal, da hinzukommen. Und so. Und so. Machen wir jetzt nochmal ein Save Game. Und nochmal. So. Ich drücke doch Schiff zum Rennen. Ich drücke doch Schiff zum Rennen. Ja. Der rennt aber auch sehr komisch für Cyrus. So. So. Jetzt sind wir hier. Die Save Game. Die Save Game sind das Wichtigste. So. Schiff und rennen. Äh. Nein. Cyrus. Dahin. Und los. Gut. Hier auch nochmal wieder ein Save Game. Das heißt, wir müssen an dem anderen Dude da vorbei. So oder so. Wir haben ja keine andere Wahl. Ich glaube, wir nehmen lieber Ironskin. Ja. Und dann nochmal das hier. Ich glaube, Ironskin macht da mehr Sinn gegen den Dude da. Weil, dann verlieren wir halt nur 5 Lebenspunkte statt 10. Komm. Ja. Alter, was ist das für eine Maschine? Komm. Okay. Jetzt haben wir den. Ich hoffe, der hat was. Ja. Immerhin. Save Game jetzt. Okay, wir sind jetzt zwar verwundet, verletzt, wie auch immer. Da oben scheint das zu sein. Ist hinter mir jemand? Ne. Hier muss wunderbar welche. Wir müssen da irgendwie hoch. Äh, nein. Hallo. Wir drücken jetzt aus, was ist das Schiff. Äh, Steuerung meine ich. Ja, hier ist es. Okay, hier mussten wir hin. Okay, warte mal. Ah. Da oben war ein Kling. Deswegen gab es da so Probleme. Deswegen gab es da so Probleme. So. Dann machen wir hier wieder einmal noch ein Save Game. So. Dann für den Fall, dass wir jetzt drauf gehen, dann haben wir... Nein. Einmal so drehen, abwarten und ja ja nein, herrlich, das war jetzt zu schnell. Und jetzt. So, nochmal kurz abwarten. Da muss man, genau. So. Und ja. So. Und ja, Cyrus. Okay, der kann, wenn er will. Er kann, wenn er will. Bevor wir das da jetzt aber wieder verpacken, machen wir hier, wie vorhin auch, nochmal ein Save-Game. Dann können wir wenigstens hier jedes Mal wieder respawnen. Geil. Ja, wir haben es geschafft. Boah. Haben wir geschafft. So, okay. Dann müssen wir jetzt hier einmal alles schließen. So, und dann hier das andere Ding da. Das Seil wieder runter. So. Nee, nicht hoch. Nicht hoch. Nach unten. So. Geil. Äh, remove. Machen wir einmal nach oben. So, okay, was für Runen haben wir? Eine Rune. Mit... Okay, warte. Muss ich vielleicht vorher drehen? Nein, nicht da... Dreht er noch am falschen Ding. Ja, mach den wieder nach oben, bitte. So, jetzt ist die Frage, was davon... Wäre wohl der erste, ich glaube. Warte mal. Habe ich hier irgendwas stehen? Dying Restless League Prisoner said something about going to Lighthouse to signal the League. Received a rusty key. So, the delivered amulet to Richten confronted Gavanagh concerning Isara. Richten says Isara was a known consort of the outlawed Restless League, but denied knowledge or responsibility in her disappearance. Freetan's Richten, Gavanagh's dark elf agent, Gramp, Cast a magic spell. Walk up stripped of possessions and imprisoned. Ich weiß jetzt aber nicht, welches davon wo sein muss. Ich würde den hier vielleicht hier jetzt reintun. Oder muss ich alle reintun? Und den auf, weil ich jetzt nicht drehen kann. Nein, nicht den... So, lever. Ich glaube, ich muss jetzt alle einmal removen. So, einmal removen. Nochmal removen. Und nochmal removen. Hm. Welche muss ich jetzt wann reintun? Oder wo? Hat es eine spezielle Reihenfolge hier? Ich bin mir da nicht sicher. Hm. Aber ich kann mich da zur nächsten Folge mal schlau machen. Dann euch vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's. Alles klar. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020